Und dann denkt man sich direkt, fuck, Alter, was laberst du? Hey, kidders! Was gehen bei euch ab? Junge! Leute, ich hab wieder richtig Bock, euch hier eine ordentliche Runde hinzuhasseln. Auch wenn ich verliere, ist mir scheißegal. Ich raste jetzt gleich richtig geil aus, was man obacht. Auch wenn ich verliere, ist nicht schlimm. Es wird ordentlich, richtig pervers, krass gehasselt. Die verschissenen Pflanzen entfernen wir hier wieder, damit wir auch in Ruhe spielen können. Pass auf, direkt eine Hedda, Achtung. Bam, verstehe ich. Der Hedda kommt gleich noch, der Ping wischt. Oh nein! Nein! Ich war doch am letzten Schu... 95! Pack dich doch ein, Mann! Aber egal. Macht nix, wir holen trotzdem alles weg. Hi, Tim. Let's go rein. Die Leute sprechen auch. Das ist einfach nur herrlich, ich kann nicht genug sagen, wie schön ich das finde. Hello, Tim. Mach mal... Oh, Leute, das habt ihr aber dick gefressen, die Nate. Ich hab die Länge in der Luft er... Ey, was? Hab ich die Granate in der Luft angeschossen, dann ist die hochgegangen. Wollt ihr mich verarschen? Maaah! Hab ich mit Absicht gemacht. Voll krass und jede Reflexe und so... Männer, das ist nicht gut, was so passiert. Der schafft's, der schafft's. Oh, der schafft's. Oh nein, der schafft's, ich erst so schlecht. Der schafft's. Das holt er locker. Nice. Oh mein Gott! Er hat's echt gemacht. Er hat riesige, riesige Nüsse im Mund. Ist klar, ne? Weil, wenn man... Also, ich mein, man braucht ja viel... viel nahrreiche Kost. Und Nüsse sind ja, glaub ich, ja doch so eine Haselnüsse. Da kann man schon ordentlich was rausziehen. Ich hab voll den Bildschirm angespuckt, ist grad ein bisschen blöd. Stört mich minimal, aber... nicht so tragisch, denn ich kann einfach gleich mal hier drüberwischen. Nachdem ich eben einen Ace geholt hab. Wartet mal kurz. Pro 90 Ace. Achtung, drei, zwei, eins. Ace wird gestartet. Ey, er hat meinen Ace zerstört. Alles klar. Ja, vielen Dank, Mann. Ja, der klaut er bloß, okay! Ihr Pisser, Mann! Muss es jetzt sein, was hier gerade passiert? Ich weck mit euch, passt mal auf! In zwei, drei Runden, ich bin einfach unglücklich, ich bekomme noch keinen Kill. Dann heißt's, wir müssen den Killer kicken. Ja, ne, 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 ne. Könnte ich natürlich wieder, ähm, ne Pestbeule heranzüchten. Mal beim Hinterkopf. Wenn ich sowas schon wieder sehe hier. Wo ist der Letzte? Wo ist der? Wo ist der, Mann? Wo ist der? Ich mach ihn tot. Ich mach ihn gerade mal tot. Oh, da ist er. Achtung. Oh Gott, ich mach ihn tot. Sag mal, wo ist der? Oh mein Gott, nur, äh, immerhin ein Arzist. Leute, ich will endlich mal wieder, äh, abranken. Habe ich schon lange nicht mehr, äh, gehabt. So ein Abrank. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht oben lang gehen, Leute, mit meiner Pro 90. Ich auch. Ich schmeiß auch noch Smoke. Let's go, bitches. Alter, ich hab voll die krasse Smoke gelegt. Alter, Verwalter. Manchmal ist es halt echt krass. Guckt ihr meine Smoke an, wie geil die ist, Junge! Geht mal zur Seite, ich muss planten. Ich hab jetzt nicht so viel Zeit. Da ist er ja, der Sandwich Man. Was? Was? Solange das Team gerult, ja, kann ich auch hier alleine vor mich hin hustlen. Ich muss dafür keine Kills machen. Merkst du was? Das ist gar kein Problem. Also, ich kann auch ohne Probleme einfach so ein bisschen husteln. Leute, ich seh's doch wieder kommen, dass ich schon wieder freck. Guck mal, wie ich gesagt hab, ne? Ich alter Pechvogel. Go, go, Power Rangers. Löst den kleinen Gaze. Macht mal Tempo. Ich guck mal, Connector, da ist einer. Mit der AWP. Was, 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 was? Oh, was? Manchmal frag ich mich, ob ich behindert bin. Ich meine, das muss ja schon so ein leichter Befund vorliegen, wenn ich so ein Scheiß mach. Von mir ist ein AWPler, ich duck mich mit der AK, ja, und mach Dauerfeuer wie ein Profi. Das ist halt wirklich der einzige Nachteil, so als, als, weißt du? Ist halt ein Nachteil manchmal. Aber dafür ist es halt auch, ne? Das muss man halt auch mal gesagt haben, an der Stelle. Los jetzt, Männer. Los! Also, ich nutze den jetzt weg. Headshot. Ich meine, hab ich ja jetzt schon einen Kill gemacht. Guck mal, der sonst... Nein! Scheiß doch die Wand an. Ich glaube, er ist geliefert. Naja, komm, eine Runde muss man auch mal abgeben. Das muss man, ähm... Sowas muss man auch können. Da muss man drüber stehen. Leute, ihr müsst die verkackten Blumen kaputt machen. Habt ihr mir nicht zugehört, oder was? Ich denke auch gerade, wir können hier spielen mit Blumen. Ha! Wo kommen wir denn da hin? Das sind ja utopische Zustände bei sowas. Geht gar nicht, was ihr hier vorhabt. Ach, komm, warum hat das kein Kill? Naja. Aua. Alter, ich hab schon wieder den Kill geklaut bekommen. Hey, ich raste gleich aus. Ich meine, diese verschissenen, diese unfairen, diese Teammates. Headshot. Die Blumen sind ja noch hier. Super, Leute. Wie soll das hier weitergehen, hä, mit euch? Ach doch, Molotov! Ja! Endlich hab ich mal einen geholt. Ich hab zwar etwas spät den Kill gemacht, aber passt. Yeah! Ich muss höher zielen, weißt du? Oh nein, da hockt in der Smoke! Dieser verdreckte Sohn. Ich hab drei Leute angefickt, ich hab sie gar nicht richtig gesehen. Einfach nur rumgesprayt. Big One und ich sind übrigens in der Planung für die nächsten 24 Stunden Livestream. Also, da könnt ihr euch schon mal hart drauf freuen. Oh nein, die Bombe! Ah! Ich plant, ich plant, ich plant. Okay. Okay. Immerhin saß die Nate, kann man nicht sagen. Was für ein Bot? Och nee, Leute. Der Bot! Bist du behindert? Man erinnert einfach durch! Wahnsinniger Bot! Bleib doch mal hier jetzt! Ah! Ja! Oh, okay. Wo ist das? Alter! Was? Oh, Leute! Ich brauch Hilfe! Okay, gut, gut, gut! Yeah! Take this fucking op! Die hocken doch irgendwo ganz offen hier. Dieser dreckige kleine Wig... Ich hätt' anfaken sollen. Mit dem Gefühl im Magen, dass einer ist, hätt' ich anfaken sollen, auf jeden Fall. Leute, ihr merkt euch das immer anfaken, wenn ihr euch nicht sicher seid. Immer anfaken! Ihr seid im Straßenverkehr, wisst nicht, ob ihr fahren könnt oder nicht. Faked einfach mal kurz an, guckt, ob jemand kommt. Dann geht's los. Oh, wow! Krass, wie den Mate gefressen hat. Er ist Django. Ding. Ha, ha, ha! Bitch! Ah, die AWP! Die AWP! Nein! Scheiße, die AWP! Das Schlimmste ist, wenn man in so einem Moment dann jemanden dabei hat, der meint, er muss einem sagen, wo er ist. Weil er glaubt, man hört das nicht. Weil man konzentriert sich, um hinzuhören, dann wäre er so... Und dann denkt man sich direkt, fuck, Alter, was laberst du? Und so passiert's halt. Und dann holt man halt doch einen Ace, ne, wenn man in der Tee guckt. Da passt man einmal nicht auf, schon holt man einen Ace aus Versehen. Aus der Hüfte. Von hinten. Mit der linken Hand. Hey! Lasst mich mal kurz durchgehen, oder was? Okay? Ich mach euch nass, euch. Lasst mich mal die Bombe legen, oder ich muss euch eine kleben. Ja, ich bin echt so ein richtiger Reimer, weißt du? So ein richtiger... Wow! Nice, Bro, Alter! Der wollte mich killen mit seiner Waffe. Das fass ich ja nicht. Ist da jemand etwa ein bisschen Deutsch? Leute, letztens. Wieder die Krönung. Ohne Witz. Ihr wisst ja, wie sehr ich mich aufreg, wenn ich Russen nur Russisch spreche im Spiel. Asiat, nur Asiatisch sprechen. Und so weiter und so fort. Ey, ich war letztens im Spiel, alle fangen natürlich wie immer an Englisch zu reden. Richtig vorbildlich. Vorbildlich? So, dann meint einer, es sind Deutsche hier. Und zwei sagen ja. Zwei andere. Also es waren dann drei Deutsche. Mit mir vier. Und der andere sagt no. Wo ist der Pisse hin? Wo ist der he? Apartments. Drei Deutsche, mit mir vier. Ein Engländer. Er sagt auch, er will Englisch sprechen. Was machen die drei dreckigen Hunde? Sprechen nur noch Deutsch die ganze Zeit. Komm, wir gehen. Wir waren auf Nuke. Komm, wir gehen vor durch die Tür, okay? Und dann gehen wir runter. Rund auf B. Durch den Schacht. Meist du, der Engländer hockt da? Er hat dann einmal explizit gesagt, please call in Englisch. Und die labern einfach auf Deutsch. Wann, die dreckig. Genau so. Also egal welche. Ist völlig egal, was man spricht. Die Hauptsprache im Spiel ist Englisch. Verschissene Kacke. Nichts anderes. Wenn man unter sich ist, zu fünft im Teamspeak. Oh, okay. Aber wenn man Public spielt. Weißt du, das geht nicht. Ah! Oh, scheiße. Das hat mich übelst abgefuckt. Jetzt regen sich mal alle über die Russen auf. Dann machen sie verschissene Vollidioten genauso. Komm, wir gehen durch die Tür, okay? Ich habe schon gesagt, dass ich B gehe. Ihr dürft nicht B gehen, weil ich schon da bin. Also auf dem anderen Rad darf schon noch kommen, aber ich. Hallo? Blue, please, set me on B. I need your fucking help, B. Ich bekomme ja schon. Blue, bitte nicht blocken, okay? Blue, komm jetzt mal runter von deinem hohen Ross. Ja? Boah, mein Super Aim ist natürlich wieder krass on point, ne? Manche fühle mich wie so ein Behinderter. Ich muss die Kabel hinten rausziehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe so einen Dreieckstisch. Ich sitze in der Ecke. Und hinten gehen die Kabel einfach durch so eine kleine... Durch den Spalt einfach. Und manchmal verheddert sich die Maus. Ich brauche es so ungefähr hier. Und dann kann ich nur bis hier ziehen. Achso, wir haben ja gewonnen. Scheiße, Leute, sorry. Ich habe nichts mitbekommen. Hallo? Leute, Leute, Leute. Kommt mal runter jetzt. Wart mal ne Ecke, okay? Was, was? Well? Wir rushen mit? Okay. Okay. Okay, dann gehe ich halt mal auf A. Scheiße. Und ich werde jetzt mein Glück mit der AWP auf B versuchen. Ich bin alleine auf B? Leute. Bist du dir auch sicher? Geh nach ihm. Es ist nicht wert. Easy. Schön noch von der Bombe weggehalten. Wie ihr so legen wollt, dass der Mate hier nicht gehört hat. Ich dachte jetzt sofort, scheiße, der Mate ist tot. Ich will den Feind anrennen. Und habe sofort mit dem Kopf geschüttelt. Innerlich. Ich habe es nicht gesehen. Es war innerlich. Nur noch eine Runde, Leute. Uh. Dann haben wir echt ein schnelles Match gehabt. Freut mich doch sehr. Da schon wieder. Einer, der einfach sagt, I go with. Jemand, der sonst nicht auf Mitte geht. Man kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt dahin. Man muss fragen, Mitte, darf ich jetzt mit dir den Platz tauschen? Was haben die gelernt? Nix wahrscheinlich. Nix haben sie gelernt, ne? Nicht wahr? Juppi. Ich denke mir, jedes Mal, geh nicht kurz. Geh nicht kurz. Geh lieber über City oder so. Er hat ihn angefragt oben. Oberer Bereich und er stirbt nicht. Was? Da hat er doch einen Halskraus. Ach, scheiße. Dann rette ich den Mate, damit er nicht niedergemetzelt wird. Dann killt mich der von Bums. Alter, gut gemacht. Komm. Wo ist der Uprank? Ich war einfach schlecht, dass er jetzt noch am Schluss. Ich fasse es nicht. Nun ja, wie ich angekündigt habe, eben doch ein sehr schweres Spiel. Aber da kann man nichts machen. Trotzdem fett gepimmelt. Auf jeden Fall Daumen nach oben geben für irgendwas, was euch gut gefallen hat. Also müsstet ihr ja theoretisch ganz, ganz viele Daumen nach oben geben, weil euch alles gefällt. Aber es geht halt dann doch leider nur einer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.